Weit ist schon von Maria Lugau bis St. Jakob. Nein, das packen wir schon. Wir lassen uns einfach musikalisch begleiten. Dann geht's geschwind viel leichter. Gehen wir um auf Maria Lugau. Da treffen wir die Trachtenkapelle. Ja, und die weißen Bläser werden uns eine nette Weiße spielen. Musik Amen. 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 Amen.